Hey Thanos, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, aber wir haben jetzt einen neuen Frost Deluxe Skin, beziehungsweise sogar ein ganzes Deluxe Skin Bundle. Den Skin könnt ihr einzeln oder wie gesagt im Bundle kaufen. Einzeln kostet er 165 Platin und in diesem super tollen Bundle kostet er 215 Platin. Ihr merkt es vielleicht schon, ich bin nicht begeistert von dem Bundle. Das hat den einfachen Grund, wir zahlen viel mehr Platin für einen frühester Longsword Skin. Der Skin funktioniert nur auf normale Schwerter, nicht auf Großschwerter wie die Galatein und ich muss gestehen, ich finde diesen Schwert Skin eigentlich ziemlich langweilig gemacht. Also mir wäre es das Platin nicht wert, aber ist alles Geschmackssache. Wenn es euch gefällt, ganz klar könnt ihr es euch holen, nur meine Meinung ist jetzt eher nicht so gut. Aber vom Frost Skin bin ich begeistert, zumindest vom Körper. Also super schön gemacht, viele Details, gute Farben, viele Metallic Farben und der Helm trifft jetzt meinen Geschmack so gar nicht. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben eh unsere Arcaden Helme, die sind absolut dominierend im Vergleich zu normalen Helmen. Normale Helme? Keine Ahnung, wie auch immer. Und der Skin harmoniert einfach super mit diesen Arcaden Helmen oder auch mit den anderen Alternativhelmen. Wenn wir uns das mal anschauen, der normale Helm, der Aurora Helm, der Squall Helm und ich kann jetzt sogar noch weitergehen und die Tenor-Gen-Helme holen, auch wenn man da wahrscheinlich dann noch den Körperskin dafür benutzt, aber egal. Und, naja, ich muss sagen, ich bin begeistert von diesem Skin. Gefällt mir super gut. Ich werde euch jetzt zeigen, wie sich die verschiedenen Farben auf den Skin auswirken. Einmal bei der Waffe, einmal bei dem Frame. Dann werde ich euch zeigen, was ich selbst draus gemacht habe und vielleicht noch ein, zwei Sachen erwähnen, über die man vielleicht mal sich da Gedanken machen sollte. Gut, fangen wir an. Also, der Schwertskin geht halt eben nur auf normale Schwerter, also Shawsword, Pangolinsword und sowas, Etherschwert, halt eben die Standardschwerte. Und da sehe ich gerade schon mal, ich habe nicht mehr die Standardfarben, ist halt eben nicht mein erster Videoversuch. Und fangen wir an. Die Primärfarbe ändert unten den Griff. Die Sekundärfarbe ändert hier diese kleinen Effekte. Die Tertiärfarbe sieht man jetzt nicht, kommen wir nachher darauf zurück. Akzente ändert jetzt den, naja, paar Ställe am Griff, halt die Akzente. Und die Energiefarbe ändert die komplette Klinge. Da kann ich euch jetzt nichts empfehlen, da gibt es ein paar Sachen, die ganz gut aussehen. Aber ich persönlich tendiere da einfach zu schwarz. Und jetzt, da wir schwarz haben, achtet mal auf diese kleinen Dreiecke da, oder diese kleinen Flecken da. Und wenn wir jetzt die Sekundärfarbe verändern, ne, die Tertiärfarbe verändern, ändert sich da was winzig Kleines drin. Also, ja, das kann man damit dann beeinflussen. Also jetzt nicht wirklich der Rede wert. Kommen wir zum Frameskin. Wie bereits erwähnt, gefällt mir super gut. Viele Details, schöne Physik. Ähm, ja. Und viele Metallicfarben. Gefällt mir in Warframe absolut solche Metallicfarben. Und die Primärfarbe verändert dann hier. Das alles. Da kann man einige gute Sachen draus machen. Bei diesen Metallicfarben kommt immer ein dunkles Rot gut oder Braun. Sekundärfarbe war dann dieser, dieses Umhang, Cape, Mantelding, was auch immer. Von hinten sieht es ja schon irgendwie aus wie so ein Kleid. Akzente waren dann, ne, jetzt habe ich eins übersprungen. Die Tertiärfarbe war dann hier der ganze Brustbereich und die Schultern. Da kommen diese Brauntöne oder Dunkelrottöne sehr gut zur Geltung. Naja, da kommt fast jede Farbe gut zur Geltung. Akzente waren jetzt wieder matte Farben, also normale Farben. Und die Energiefarbe, naja, ändert alle Energiemuster. Und sogar hier oben bei diesem Schneeflockending ändert es auch die Farbe. Gut. Also ich habe es schon erwähnt, harmoniert sehr gut mit den anderen Helmen. Ich habe aber auch schon Spieler gesehen, die haben nur diesen Deluxe-Helm angehabt. Und dann die normale, die normalen Frost-Skin. Kann man kombinieren, wie man möchte. Also ist ja alles Fashion, das hat jeder einen anderen Geschmack. Aber mir persönlich gefällt es halt eben so, dass man den Körperskin nimmt und dann einen Arcaden-Helm. Gut. Ich habe mir das Ganze jetzt so eingefärbt. Ich habe mich da nicht groß mit den Farben auseinandergesetzt. Ich habe einfach meinen alten Frost genommen, den Skin draufgeklatscht, eine Farbe geändert. Und hat dann direkt für mich gepasst. Sachen, auf die man nicht achten sollte, aber über die man sich mal Gedanken machen sollte, wenn man sich den Skin zulegt. Zum Beispiel, manche wollen ja immer diese ganz ausgefallenen Schultern benutzen. Da gibt es auch einige richtig gute, zum Beispiel wieder die Riff-Elite. Die passen da super auf den Skin drauf. Aber man könnte auch einfach mal überlegen, bei den Standard-Schultern zu bleiben von der Frost-Rüstung, da die auch noch hier schöne Effekte haben. Ja, ist ganz cool. Habe ich auch mit dem Gedanken gespielt. Aber ich persönlich fand dann, dass diese Kuwa-Rüstung einfach besser reinpasst. Ist aber alles Geschmackssache. Ich werde ja jetzt auch nicht viel zeigen, sondern gerade nur mal ein paar Sachen, an die man vielleicht nicht so einfach rankommt, wie die Nabarus. Und da sieht man direkt schon mal, das sieht Mist aus. Also anders kann man es nicht sagen. Ja, beziehungsweise, ich muss ja jetzt hier gar nicht erst alles zeigen. Könnt ihr euch ja selbst anschauen. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Einfach nur, dass ihr mit dem Gedanken spielt, einfach mal die normale Rüstung dran zu machen, weil man da einen schönen Effekt hat. Und es einfach in das komplette Bild reinpasst. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, euch für den Kauf oder dagegen zu entscheiden. Ist ja, wie ihr das wollt. Und, naja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Abo und ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal.